hallo heute ein video zu audacity aber zuerst mal geht es um amazon dadurch bin ich drauf gekommen ich bin prime mitglied eigentlich nur das schneller die pakete kommen aber da kann amazon musik auch umsonst hören ohne dass man das kauft ganze lieder alben millionen von liedern so blöd ist ich höre im auto musik und nicht daheim und im auto habe ich kein wlan die kostenlos zu hörenden dinger sind nicht runter zu laden dann den müsste man ja kaufen das ist jetzt doof habe ich mir gedacht und habe dann einfach einen klinkenstecker ins smartphone bzw das tablet das app spielt die musik ab die musik kommt durchs kabel und geht in mein laptop rein und spätestens da war ich dann bei audacity denn ich hatte probleme mit dem klinkenstecker je nachdem wie der so eingesteckt ist hat dann ein kanal gesponnen und zwar abwechselnd und das schauen wir uns mal an wie wir das korrigieren so auf eurem pc wie gesagt ich habe bereits aufgezeichnet denkt daran den eingang so einzustellen dass es nicht zu hoch aussteuert und dann mit audacity aufzeichnen mit der roten rekordtaste an der wellen form die ihr dann seht könnt ihr erkennen ob ihr zu hoch oder zu niedrig ausgesteuert habt das wäre jetzt eher zu niedrig wenn die wellen form so auf 0,5 wäre also so hoch also von hier bis da aber nicht bis ganz zum anschlag dann wäre es gut aber das ist jetzt egal hier fürs video was man hier sieht die beiden chinch kanäle stereo kanäle da habe ich immer so peaks drin da habe ich so ein kratzen drin da dachte ich jetzt ist jetzt doof so kratzen so wie gelöst also diese tonspuren die kann man auch in zwei audiospuren trennen zwei monospuren so da hat man nämlich die einen das sieht man daran die kann man jetzt separat markieren da kommen so komische symbolchen interessant so wir haben ja dann in dem bereich wo es knackt in dem bereich wo es knackt haben wir einen guten bereich wo es nicht knackt auf der einen spur das ist eigentlich dann nicht mehr ganz stereo aber da das sich um 0, irgendwas sekunden handelt spielt das keine rolle so jetzt machen wir folgendes wir gehen jetzt in den bereich so wie hier schön ran suchen uns eine stelle aus wo das knacken ist und wir merken auch die hintere kante dieses balkens warum seht ihr gleich ich merke mir das an der 5 von der 59 hier beispielsweise jetzt drücke ich steuerung c ihr könnt auch sagen bearbeiten kopieren nun wird dieser obere gute bereich kopiert der soll jetzt hier unten hin jetzt muss ich auch hier unten markieren wo er hin muss gut den start sehe ich jetzt da sind die komischen wand uhren aber wenn ich jetzt klicke ist sehe ich den start nicht mehr deshalb habe ich mir die 59 da oben gemerkt an der oberen kante damit ich das ende wieder finde so jetzt sagt er dann bearbeiten einfügen oder steuerung v so jetzt schauen wir uns das an das ergebnis ist doch schon sehr viel schöner da gibt es kein knackser mehr mittendrin gut anfang und ende könnt ihr wie gehabt bearbeiten einfach was markieren entfernen drücken für löschen oder ihr könnt auch mit den effekten ein und ausblenden am anfang am besten einblenden ganz am ende des aufgezeichneten audio spuren dann mit bearbeiten effekt und dann ausblenden dann habt ihr auch schöne übergänge gut das wollte ich nur kurz gezeigt haben ich fand es ganz witzig mit diesem knackser weg machen ich hoffe jetzt kriegt amazon kein knacks mein smartphone übrigens was ich real benutzt habe samsung galaxy note 2 im ruhe modus damit es nicht klingelt und quietscht zwischendurch während der aufnahme noch ein tipp zum schluss falls die spuren bei euch nicht mehr synchron sind nach dem einfügen weil das nicht genau gestimmt hat mit dem arbeiten kopieren und einfügen dann könnt ihr auf die option spuren synchron halten klicken und dann wird alles gut ich hoffe hier mit korfen zu haben dann bleiben mit franchen grüßen und tschüss